Hallo zusammen, begrüße euch zur nächsten Programmvorschau. Tja, am 22.11. Hier steht zwar der 21. Aber hilft nichts, ich kann mich ja auch mal vertun. Also fast 90 Minuten geballte Power mit Jakob Czarnke. Bei den Aufnahmen ist natürlich auch wieder das ein oder andere schief gegangen, aber ich denke, das wichtigste Hammer. Okay, und dann anzuschauen bei VK Bitschut Odysee. Getrailert wird es dann bei Rumble und dreimal YouTube. Tschüss.